So, nachdem wir im letzten Schritt ja gelernt haben, wie wir Bilder exportieren können, werden wir jetzt noch ein bisschen mit der Bildbearbeitung arbeiten. Das Tolle ist an Infinity, wir können jede Menge toller Bildbearbeitungsschritte durchführen. Ein paar haben wir schon kennengelernt und das sind schon tolle Sachen, die wir da machen können. Aber zum Beispiel gibt es Funktionen, mit denen man den Weißabgleich ändern kann. Und der Weißabgleich ist im Grunde genommen das Weiß, was die Kamera als Weiß interpretiert, mit der ihr fotografiert. Und manchmal ist das Weiß nicht weiß, dann kann es sein, dass es ein bisschen gelblich ist und eben nicht wirklich einem Weiß entspricht in so einem Bild. Hier die Wolken zum Beispiel, die sind schon sehr gut weiß. Das ist das weißeste Weiß, was wir quasi in dem Bild haben. Aber trotzdem können wir dieses Bild noch ein wenig bearbeiten. Wir können nämlich hier hingehen und zum Beispiel unter diesen Anpassungsfiltern hier diesen Weißabgleich auswählen. Wenn wir hier draufklicken, bekommen wir dieses Fenster. Und hier können wir diesen Weißabgleich verschieben, so ein bisschen ins Gelbliche rein. Merkt ihr, welche Stimmung das Bild plötzlich bekommt? Und eher so eine Untergangsstimmung. Und hier können wir es rüberschieben. Dann gehen wir eher in die bläulichen Töne. Und dann bekommen wir so ein sehr kaltes Bild erzeugt. Weil einfach das Weiß verschoben wird und die daraus folgenden anderen Farben ebenfalls verschoben werden. Wir können aber auch hier auf den Mediapunkt Pipette klicken und dann dem Computer sagen, pass mal auf, diese Wolke hier, die ist das weißeste Weiß, was wir haben. Oder hier diese Stelle. Und dann klicken wir hier einfach rein. Und nun wird der Farbwert unter diesem Fadenkreuz gemessen. Und anhand dessen das Bild berechnet. Ihr seht, es wird quasi wieder auf 0% der Weißabgleich gestellt, weil das Weiß eben hier absolut perfekt ist. Also damit kann man einen Weißton im Bild bestimmen, der vielleicht nicht genau so weiß ist, wie man sich den wünscht. Wir holen mal ein anderes Bild hinein. Und das ist leider auch schon sehr perfekt, weil die heutigen Kameras das sehr gut machen. Aber auch hier gehen wir mal auf diesen Weißabgleich. Und mit der Pipette sagen wir, die Bluse hier von der Frau, das ist das weißeste Weiß, was wir haben. Und dann klicken wir drauf und dann seht ihr, dann wird der Weißabgleich 2% nach unten ins Bläuliche verschoben. Also so ganz perfekt weiß war es eben nicht. Und jetzt ist es eben perfekt weiß. Also damit kann man hier sehr schön auch nochmal die Stimmung beeinflussen. Eben eher so kältere Töne oder eher auch warme Töne. Und ihr könnt auch so eine Tönung noch hier reinbringen. Also eher was Grünliches oder mehr Rottöne reinnehmen. Da muss man mal ein bisschen ausprobieren, wie man das Ganze haben möchte. Das Tolle ist, wir können das schließen und jederzeit verändern, weil wir hier eine sogenannte Anpassungsebene haben. Die seht ihr hier, da ist der Weißabgleich und alles, was darunter liegt an Ebenen, ist davon betroffen. Das heißt also hier ist es nur das Hintergrundbild und deswegen ist das auch davon betroffen. Also ab dieser Stelle, wo diese Ebene kommt, alles darunterliegende bekommt diesen Weißabgleich. Und die Änderungen an diesem Weißabgleich, die können wir machen, indem wir hier wieder auf dieses Bildsymbol mit so einem Doppelklick klicken. Denn dann kommt hier wieder tatsächlich unser Menü und jetzt können wir die Pipette wieder auswählen und sagen, hier an der Stelle ist die Bluse perfekt weiß. Und dann wird die Verschiebung hier entsprechend ausgerechnet. Ihr seht aber, der Weißabgleich wird verändert. Die Tönung wird bei dem Werkzeug der Pipette nicht verändert, weil wir die Tönung eben ja beibehalten wollen unter Umständen. Wenn wir das nicht haben wollen, dann klicken wir hier rein und schreiben da eine Null rein. Dann drücken die Eingabetaste. Dann ist die Tönung auch wieder weg. Und falls ihr alles weg haben wollt, was eingegeben ist und quasi das Ganze zurücksetzen wollt, dann gibt es hier eine Schaltfläche, die heißt Zurücksetzen. Und dann steht alles hier bei Null und dann klappt das Ganze. So, also damit könnt ihr Bilder, wo das Weiß nicht perfekt weiß ist, ein bisschen im Weißabgleich verschieben und das Weiß eben wieder zu so einem Weiß machen. Und die restlichen Farben, die werden entsprechend mit angepasst. Und das ist eine schöne Funktion, um wirklich so ein paar Bilder, die so einen gelbstichigen Anteil haben, wenn man sie beim Sonnenuntergang vielleicht fotografiert hat, wieder zu korrigieren. Und dann merken wir schon, mit Affinity Photo haben wir die Möglichkeit, Fotos zu beeinflussen, zu verändern, zu optimieren. Und im nächsten Schritt schauen wir uns mal was an, was ganz lustig ist und auch geht, das nämlich das Stempel-Tool.